Schließen Sie den Wasserauslass an die Pumpe an. Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit dem Boden der Pumpe. Entfernen Sie den Tankstopfen. Stecken Sie den Wasserauslass der Pumpe in den Tank und den flexiblen Schlauch in den Eimer. Drücken Sie die obere Taste. Das Wasser beginnt in den Tank zu fließen. Stoppen Sie den Wasserfluss, wenn der Wasserstand 17 Grad beträgt. Setzen Sie den Tankstopfen wieder ein. Die Pumpe in den Tankstopfen. Vielen Dank.